Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Hearts of Iron 4. Und zwar, oh lol, unser Japan, was wir gerade... Oh, die sind schon gelandet. Die haben wir vorhin erst, also in der letzten Folge, zur Marionette gemacht. Die sind aber ganz wild drauf. Ich weiß gar nicht, wie groß ist deren Armee mittlerweile schon. Die sind schon bei 110.000. Was geht mit denen denn ab? Alter, krank. Naja, auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge Japan annektiert. Genauso wie, äh, hier Japan, nicht unten, Japan annektiert. Genauso wie, ja, äh, Teile Asiens, große Teile Asiens, haben jetzt eine Nicht-Kern-Bevölkerung von 1,06 Milliarden, wie ihr hier seht. Und haben Queen China zu unserer Marionette gemacht. Genauso wie Japan. Genau, und dann gucken wir nochmal nach Europa eben. Europa sieht irgendwie folgendermaßen aus. So, ne? Asien hier hinten, äh, die Türkei. Genau. Gehört jetzt, äh, Deutschland. Da wollten wir uns nämlich nicht einmischen. Und, ja, wir sind jetzt dabei. Genau, unsere Truppen sind jetzt hier gelandet, äh, angekommen an der Front Mexikos. Und da greifen wir jetzt mal richtig schön an. Und das funktioniert sehr gut. Das funktioniert richtig gut. Ich bin immer wieder überrascht hier, wie es in diesem Spielstand läuft. Obwohl es teilweise echt aussichtslos aussieht, läuft es echt mega. Richtig gut. Panzerzug brauchen wir eigentlich nicht. Wir gucken mal, wie es bei Russland aussieht. 70 Divisionen, das geht voran bei denen. Unsere Waffen sollten auch langsam ins Plus kommen. Logistik? Oh ja, 161.000. Alter, das geht richtig, richtig schnell jetzt. Die stecken wir direkt nach Russland zu. So. Oder, ich glaube, wir stecken die lieber Japan zu. Weil Japan scheint irgendwie mehr für, äh, seine Armee zu tun, habe ich das Gefühl so. Habe ich nur so im Gefühl. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier keine Waffen finde. Warte mal, da waren welche. 46.000, das ist schon mal gut. 46.000 Waffen. Die schicken wir jetzt an Japan. Das kostet ein paar Konvois für die Japaner, aber ich denke mal, das sollten sie da drin haben. So, wir sind in der Hauptstadt gleich. Ich wollte schon sagen, wir sind drin, aber nein, sind wir noch nicht. Aber jetzt gleich. 97, 98, 99. Boah, das geht richtig schnell heute, ey. Krass. Das geht richtig voran. Das ist nämlich immer noch die Aufnahmesession von Folge 11. Ja, genau. Seit Folge 11. Das müsste jetzt Folge 14 sein. Ich glaube, 14 ist das hier. So, Mexiko City, oder Mexiko Stadt. Wie dank der tollen Übersetzung. Ich wüsste sonst echt nicht, was gemeint ist. Mit Mexiko Stadt. Ja, aber wir haben sich verloren, ne? Ja, wir haben sie wieder verloren. Scheiße. Aber wir kriegen sie wieder hin und her. So. Gut, hier geht natürlich nix ab. In Europa. Hier auch nicht. Warte mal, was ist denn mit indonesischer Orden? Stimmt, das ist ja eine unabhängige Nation gewesen. Guck mal, wir halten doch bestimmt deren Provinzen, ne? Genau, hier. Gut. Aber die haben wir... Ach lol, das war's schon. Das ist wirklich ein Blitzkrieg. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. So, wir wollen die Gebiete haben. Natürlich. Reich mal rüber. Bar. So. Warte mal, haben wir den Panama-Kanal? Ne, den haben wir ja schon. Den. Ah. Luxusprobleme. So. War ja nicht noch eine Insel da hinten? Mit Öl? Ne, die ist schon weg. Die ist schon futsch. Guck, das wollen wir noch haben. So, was gibt's hier noch Interessantes? Was ist die Insel? Ja. Wir haben gar nicht so viele Punkte. Was habe ich denn bei Mexiko vergessen, Leute? Hä? Was habe ich denn hier vergessen bei Mexiko, wenn ich dumm? Mexikanisches. Runter? Ecuador. Ecuador war Ecuador eine... Hä? Okay. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. So. Und einmal hier weiter. Da durch. Da ist nochmal schön Öl. Oh Leute, da ist es. Ich bin der neue Amerikaner. Ich suche nur Öl. Jetzt bin ich natürlich die Weltpolizei hier, ne? Die Amerikaner sind längst Geschichte. So. Hä, was fehlt? Achso. Gut, die Insel fehlt noch. Da habe ich natürlich nicht genug Punkte für. Wer hätte es gedacht? So, 99. Das war's. Gut. Jetzt ist folgendes. Sache. Jetzt müssen wir mal kurz ein Päuschen machen. Und uns mal angucken, wie die Welt aussieht. Also. Es gibt natürlich ein paar unabhängige Staaten. Jetzt könnte man sich überlegen, Weißrussland anzugreifen. Und wenn wir jetzt wirklich... Ich weiß nicht, ob ich den Spielstand einfach beenden soll jetzt. Das Let's Play beenden soll. Einfach mit einem neuen starten soll. Weil, guck mal, Deutschland hat jetzt alles Marionetten. Ziemlich starke Marionetten. Also, Frankreich hat eine 16 Division. Das ist jetzt nichts. Dann haben wir, glaube ich, noch Tschechien, ne? Ne, warte. Was haben die noch? Äh. Ach, guck mal. Die haben fast alles. Das können wir eigentlich vergessen. Aber... Ich weiß nicht. Guck mal, hier haben wir China. Gut, man muss dazu auch sagen, wir gehen jetzt mal... Wir gehen lieber nicht raus, oder? Ach, ich glaube, wir gehen lieber nicht raus. Das ist mir eigentlich alles so unübersichtlich. Was ist denn... Deutschland hat jetzt... Wir gucken mal einfach bei Marionetten. So, Deutschland hat die Tschechoslowakei. So, die hat eine Mannstärke drin. Und von gar nichts. Okay, nice. So, Deutschland hat außerdem Bulgarien. Das ist nicht wichtig. Die haben... Äh... Symeri... Das ist auch nicht wichtig. Die haben... Ja, das sind alles unwichtige Staaten. Xibar-Samaa ist auch unwichtig. China könnte zu einer kleinen Herausforderung werden, aber keine große. Griechenland ist auch okay. Und Rumänien ist auch. Aber ein theoretisch ist es machbar. 300.000 Waffen? Wenn wir jetzt richtig Infanterie-Spam... Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir probieren es. Wir probieren es. Wir spammen jetzt einfach heftig Infanterie. So. Und... Müssen jetzt mal gucken, wie wir die zerquetschen wollen. Also, wir haben jetzt natürlich... Ich kann nicht aus dem Bündnis gehen. Das ist die Kacke. Aber wir haben hier natürlich hier eine Front. Die Westfront. Und hier haben wir eine Ostfront. Dann haben wir hier nochmal eine Südfront zu Spanien. Ähm... Wir sind noch im Krieg? Gegen wen sind wir noch im Krieg? Im Ernst jetzt? Aber wir können das Bündnis trotzdem verlassen. Okay. Äh... Kolumbien ist mal... Äh... Jetzt Nebensache hier. So, da hier haben wir noch 8 Divisionen. Spanien... Spanien... Kommt da mal welche hin. So, dann... Müssen wir jetzt mal hier... So. Ne, das wollen wir... Wir wollen ja nicht Frankreich verteidigen hier. So. Wir gehen jetzt gleich aus dem Bündnis raus. Allerdings machen wir das erst, wenn... Wir Truppen hier wenigstens schon stehen haben. So, jetzt wird die Front... Ja, okay. Wir müssen die Ukraine hier, äh... Sich selbst überlassen. Dem Stück von Russland. Haben hier eine Front. Und hier eine Riesenfront. Gut. Dann werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Schwierige Sache ist das. Das ist eine schwierige Sache. Wir machen es folgendermaßen so. Und... Oder nein, wir machen es so, dass ich die... Ne. Ne, das ist gut. Hier ist ja ein Kessel. Aber die Deutschen haben ja natürlich auch eine Küsten... Die können ja per Küste erreichen, alles. Äh... Wir packen die jetzt erstmal hier hin. Nein, so. So. Eine kleine Linie. So, haben wir es fast geschafft. Oh Gott, das wird eine fette Vorbereitung hier. So. Da laufen die jetzt mal alle hin. So. Das waren jetzt, glaube ich, die, ne? Ja, gut. Die fahren da nämlich hin. Gut. Äh, Panzer. Haben wir noch nicht, die modernen. Ich glaube, das würde jetzt auch zu lange dauern, die alle jetzt zu produzieren. Ähm. Ja, nee. Das können wir vergessen. Ähm. Genau. Was wir machen können ist... Ich weiß gar nicht. Lohnen sich Landbefestigungen? Ist mal ohne Witz. Wenn wir es verlieren, dann verlieren wir es. Äh. Wir packen jetzt einfach ganz viele hin. Und dann gucken wir weiter. Ich glaube, hier hinten ist nichts von Deutschland, was uns gefährlich werden könnte. Außer hier ein bisschen China. Sollten unsere Marionetten aber schon rocken. Ziba Samar genauso. Ich weiß gar nicht, wie viel hat China im Feld. Null. Ziba Samar auch nicht. So. Da kümmern sich unsere Marionetten schon drum. Gut. Dann brauchen wir eigentlich nur wirklich diese Flanke abdecken und diese hier. Hier hinten. Das ist auch alles unseres. Wir brauchen gar keine Angst da. Wirklich gar nicht. Ähm. Ne. Brauchen wir wirklich nicht. Also. Ist krass. Genau. Die Flug, äh, Dings haben wir schon aufge... Also die, ähm, Flugstützpunkte haben wir schon alle hier, äh, abgedingstet, aufgebaut. Ausgebaut und, ja, hier können wir mal ein paar Flugzeuge hinschicken. Hier sind schon mal tausend Jäger. So. Wir brauchen ja nicht wirklich deutsches Gebiet zu bombardieren. Ähm. Erstmal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal unser eigenes verteidigen. Äh. Das wäre dann hier. Da passen wir noch welche hin. So. Und dann haben wir hier noch Platz. So, da können wir auch nochmal tausend packen wir mal da rein. Dann brauchen wir auch mal Bomber. Ich glaube... Ja, okay. Wir sollten natürlich trotzdem in Deutschland bombardieren. War ein bisschen dumm, dass ich das gesagt habe. So. Dann hier einmal brauchen wir Bomber. Boah. Wir haben so viel Zeugs. Hey. Das ist übertrieben. Wie soll ich denn hier durchblicken? Hier finde ich ja gar nichts. Da. Äh. Ich packe die einfach mal alle... Es geht ja nur tausend. Hm. Scheiße. Äh. Ja. Egal. So. Tausend hier rein. So. Dann müssen wir... Jetzt kommt es an der russische Front. Jetzt wird es ein bisschen... Ja. Obwohl. Hier können wir auch nochmal tausend reinpacken. So. Und dann können wir mit unserer Marine... Das ist nämlich, glaube ich, das Beste daran, dass wir Britannien sind. Nämlich können wir unsere Marine... Äh. Gleich dazu einsetzen. Die gesamte russische... Äh. Die gesamte, nicht russische. Die gesamte deutsche... Die gesamten deutschen Nachschub irgendwie abzuschneiden. Keine Ahnung, was ich das machen soll. Was ich machen werde, ist, dass ich hier... Die Truppen alle hinstelle. Äh. Die Schiffe alle hinstelle. So. Ich ordne hier auch gar nichts. Ich mache das hier alles ein bisschen unorganisierter. Weil die Deutschen werden niemals gegen unsere Flotte ankommen. Die werden ein paar Schiffe versenken. Das... Denke ich auf jeden Fall. Aber... Die werden niemals gegen uns ankommen. Das geht ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie hier so eine große Flotte gebaut haben. Das ist eigentlich nicht so das Ding der KI. Die... So kenne ich H2 und zumindest. So. Und eins müssen wir... Ne, zwei haben wir noch hier. So. Das kommt nochmal in den Ärmelkanal. Ja, ist mir egal, ob ihr repariert werden müsst. Da müsst ihr jetzt ruhig. So. Wir können schon wieder irgendeine Marionette degradieren, aber... Ich will jetzt keine Marionette annektieren. Ja, okay, Serbien. Serbien können wir schon annektieren. Serbien juckt nicht. Scheiß mal auf Serbien gerade. Natürlich nur in diesem Spiel. Soll sich hier keine Angriffen fühlen. So. Muss man ja immer mal sagen dazu, ne? Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Gut, okay. Eine Zivinfabrik zu bauen ist absolut unnötig. Weiß nicht, was ich hier mache. Aber, Leute. Wir haben gleich die Atombombe in 68 Tagen. Jetzt ist so die Frage. Sollen wir das noch abwarten? Dann angreifen. Direkt Atombomben nutzen. Ich meine, wir haben hier echt nichts mehr, was wir erforschen könnten, was Sinn machen würde. Das macht ja gar nichts mehr Sinn, außer die Atombombe. Gut, hier strategische Bombe können wir nochmal neu erforschen. Die, die, das, das brauchen wir alles nicht. Wir können natürlich unsere, äh... Guck mal, wir machen mal die Infrastruktur hier gut. So, weil wenn es, wenn wir in, vielleicht, an der Seine ist für einen Rückzug, äh, müssen, dann kann es natürlich sein, dass wir, also dann brauchen wir auf jeden Fall, äh, gute Infrastruktur hier hinten. Und wir brauchen auf jeden Fall gute Zugstrecken. Aber ich habe eigentlich gar keine Lust jetzt, dieses, das hier noch alles zu organisieren. Ich meine, das ist ja eigentlich gut genug. Hier brauchen wir noch eine hin. So, hier irgendwie... Machen wir einfach mal ein bisschen zickzack durch. Wir haben das ja so schnell alles gebaut. So. Gut, dann sollten wir unsere Division auch schon fertig sein. Hier stehen auch schon überall Atomreaktoren. Alter, Alter. So, füllen wir mal alle hier auf. So, der hat noch... Da fehlt noch eine. Ne, da fehlt auch noch eine. Hier fehlen noch fünf. Fünf, fünf, fünf. Ja, natürlich kriege ich jetzt nur vier. So. Dann fehlt da noch eine. Äh, da fehlen noch welche... Okay, das hier sind jetzt spanische Divisionen. Also, Truppen, die in Spanien kämpfen, meine ich. So, hier noch. Dann hier noch einer. Das ist richtig entspannte Arbeit. Dafür geht es gleich umso mehr mit dem Stress los. Gut. Jetzt geht es los. Und zwar mit... unserer... großen Streitmacht. Ich sehe hier nichts. Ich muss diese Dings mal wegmachen, so. Äh. Nein, 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 nein. Abbrechen. So. Hätte schon fast wieder was gelöscht hier. So. Ein. Sagen wir die Hälfte. Kann auch schon wieder eine neue Division gemacht werden. Äh, neue Dings gemacht werden. Davon auch die Hälfte. Können wir auch schon wieder was Neues machen. Davon auch die Hälfte. Können wir auch schon wieder was Neues machen. So. Jetzt sehe ich das Plus nicht mehr. Das ist nämlich hier. Jetzt wird es voll, Leute. Jetzt wird es richtig voll. So. Hier nochmal. Da eins hin. So. Der hier kommt da hin. So. Dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Keine Sorge. Wenn der Organisationspartie nicht interessiert, der kann natürlich hier vorspunen. Ist ja völlig klar. Äh. Da wird hier keiner zugezwungen. Ja? So. Gut. Dann noch die Kommandanten. Das ist natürlich ganz so die Sache, ne? Die befördern wir hier. Fühlt mal gleich in die mit dem höchsten Level. Und ist eigentlich scheißegal, wen wir hier nehmen. Bei uns werden sowieso gleich die Kommandanten ausgehen. Also werden wir sowieso jeden Kommandanten benutzen, den wir haben. So. Dann haben wir hier noch drei. Da gehen uns jetzt die Kommandanten aus, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ne? Nehmen wir hier noch. Ne, wisst ihr was? Die können wir hier hinstellen. Nein, das mache ich hier. Die stellen wir hier hin. Und diese. Scheiße, welche waren das jetzt? Genau, diese hier. Die stellen wir jetzt. So hier hin. So. Gut. Und jetzt werden die sich... Wir können schon wieder jemanden degradieren hier. Russland aneignen. Ja. Wahrscheinlich. Die brauchen wir, glaube ich. Genau. 70 Divisionen haben die. Japan hat 20. Die haben schon wieder das Doppelte von vorhin. Und das wird ein ordentlicher Überraschungsangrück, denke ich. Genau. Das war die Division. Das waren diese Truppen. Die müssten... Genau, diese stehen bei Russland. Ne? Die stehen nicht bei Russland? Doch, das sind die russischen Truppen. Genau, die kommen nach... Nach hier. So. Wo stehen die? Die stehen in Spanien. Atombomben haben wir noch nicht, Leute. So weit sind wir noch nicht. So, Frankreich wollen wir natürlich zerstören hier hinten. So, und die... Ich glaube, die stehen erstmal nur zu Verteidigungszwecken. Ich weiß auch nicht, ob jedes Land hier beitritt. Also es kann auch sein, dass dieses Land hier nicht beitritt. Kann natürlich alles sein. Atombomben sollten wir jetzt jeden Moment haben. 27 Tage. Ja, jetzt sollten wir natürlich überall mal strategische Bomber hinlegen. Das ist natürlich... Das wäre ja ganz schlau. Ich glaube, wir machen hier hinten mal einen Spot hin. Da legen wir jetzt mal... Die müssen ja ganz unten sein, ne? Ähm... Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Strategisch. Ich glaube, ich habe noch gar keine in der Produktion gepackt. Aber wir haben strategische Bomber. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Ähm... Da noch einer. Ich glaube, es reicht immer einer. Wir schicken ihn einfach dann hin und her. Die Hauptsache ist, dass wir überhaupt Luftüberlegenheit haben. Weil das... Könnte ein Problem werden. Weil Deutschland natürlich auch richtig viele Flugzeuge hat. Äh... Wird es da natürlich schwer. Das kommt da wahrscheinlich auch Zufall an. In dem Moment. Da irgendwie auch nur irgendwas an... Äh... Ja, Überlegenheit zu haben. So, jetzt suchen wir nochmal unsere Bomber. Jäger, 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 Jäger. Taktische Bomber. Wo seid ihr da? Wo seid ihr da? Boah, Alter. Wie ist das? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. So, hier sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Gut. Und dann sind wir eigentlich schon vorbereitet. Wir können natürlich jetzt noch mehr Divisionen machen. Gut. Äh... Wir haben jetzt 5, 4... Machen wir noch welche? Komm. Machen wir noch ein paar. Da weisen wir gar keinen Kommandanten zu. Die lassen wir einfach in der Masse angreifen. Ich glaube, dann werden die schon ersticken. Äh... Wenn die ausgebildet sind, dann sollten unsere Atombomben schon fertig sein. Die sollten jetzt sowieso... 4 Tage, genau. Oh ja, moin. Ja, das begrüße ich jetzt natürlich. Und wir können uns sogar noch was nehmen. Och, wie schön. Fertig. Toll. Toll. Mach's schön. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, da haben wir die Atombomben. Genau, jetzt haben wir Atombomben. Wir haben 42 Atomreaktoren. Das geht jetzt richtig ab. Wir haben jetzt schon 11,5% erzeugt. 23 jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei dem Angriff auf Deutschland und... Ja. Uns. Unsere Nation, die zur einzigen Weltmacht wird oder verliert. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020